Junge! You can air it, you can flare it! Erzähl mal deine Mission. Mal hier oben drauf jetzt ein Barfooter. Und das sind? Das ist nicht eine Subbox, sondern das sind zwei Subboxen. Eine reicht nicht. Mach mal! Ja, mach erstmal normalen Füßung, ja. Junge! Ey, das sieht auf Kamera überhaupt nicht hoch aus. Okay, kann ich auch nicht machen. Hä? Da muss einer hinter. Ey, stell dich mal ganz kurz neben die Subbox. Okay, also, wie man sieht, das ist übelst hoch. Hallo. Ja. Ja, hier. Zeig mal Bizeps. Die Jungs halten jetzt die Subbox fest. Ja, genau. Oh mein Gott! Komm! Rein! Rein! Komm! Ja, du hast es! Komm! Ja! 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 Ich habe es! Ja! 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 Also Philipp macht jetzt ein paar Lip-Tricks, ja, was man ziemlich selten bei Philipp sieht. Ja, nie, nie. Let's go. Du wolltest ein Statement setzen, ja? Ja, ich wollte noch so ein Statement setzen, also ich habe hier drei Packs und auf Instagram hat man noch nie einen Clip mit Packs gesehen, bis auf letztens. Ich benutze die Packs, nur ich bin zu schlecht, um damit Clips hochzuladen. Okay, let's go, wir machen ja noch viel Leid. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Perfekt, gar nicht scharf. So, das darfst du jetzt nochmal machen, weil die Kamera aber hat nicht fokussiert. Ja. Ja, krass, Digga. Jo, ich mache mir jetzt noch ein paar Lip-Tricks. Nein. Weiter, komm. Komm, komm. Weiter, weiter. Komm jetzt. Oh, f***. Nicht so gut. Nicht so gut. Oh, nee. Ja, komm. Ich bin so weggerutscht. Ich bin so weggerutscht. Ja. Ich bin so weggerutscht. Geil, Mann. Ich bin so weggerutscht. pobre, die kleine anstellen. Toto Afrika anmachen. Toto Afrika, bestes Lied. Peace an die Leute in Darmstadt, die Locals. Mach mal neu. In Darmstadt, die Locals, wir lieben da Toto Afrika. Das ist einfach so ein Ding. Toto Afrika, Beste, wir hörens eigentlich. Ich mach das eh nicht mit rein. Yes, Teddy! Ja, warte, erzählt nicht. Flät Bombe! Oh, Flät Bombe! Ehh.... Ehhh.... Ehh..... Ehh..... Ehh.... Ja, das ist gut. 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Oh! So geht es! Und weiter! Juhu! Juhu! Nau, schmeckt gut. Ja, mach den Kitzel. Nau, schmeckt gut. Nau, schmeckt gut. Nau, schmeckt gut. Ey, ich will mich machen. Nee, mach das. 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 Stunz. Rippa? Ja. Oh Mann! Du hast einen Scheiß-Trick, ne? Ich war überhaupt nicht dabei. Ich hab voll rumgekasperrt. Ja, ja, alles gut. Perfekt. Ich bin so schön reingeslidet. Wollt ihr nicht rein? Nein, ich wollt ein Ripp machen und ich hab voll... Warum machst du an die Ripp, Mann? Ich bin einfach voll kaputt. Okay, machen wir nochmal. Okay, also. Vlogging live. Philipp probiert jetzt über das Raptor. Ein Tail-Rip zu basteln. Das wird was. Komm, Philipp! Fall an! Wirf! Ja! Also, wir machen jetzt 3er-Wip-Train über die Box. Ich mach den 3er-Down-Step-Up und du? War er futcher ein Fake? Nee, das passt nicht. Oder, geil, will er machen die 3er-Down-Wip? Ja. Ich mach hier noch Nollibar und mach da mein Fake-You-All-Ride-Tour-Up. Boah, ja. Gut. Viel Spaß. Da fällt Schmidli. Anders Schmidli! Ne Schmidli! Yes, Sir! Off! Off! Ja, C! Das kannst du doch jetzt nicht auf dir sitzen lassen. Nee, kann ich auch nicht. Alter, Luca, das will ein Kind von dir. Warte, der geht auch noch? Ja, ich mach dir mal einfach! Wohoo! WOOOO! 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 WOOOOO! WOOOO! Das war's. Das war's.